Hallo und herzlich Willkommen im Hardis in Greifenberg. Ich bin Melanie Gemmeke, Trainerin hier im Hardis. Aktuelles Thema bei uns Krafttraining bei Frauen. Die meisten Frauen, wenn ich hier so die Studie laufe, stehen oben auf den Aussaugeräten. Das ist nicht schlecht, aber noch besser wäre es, wenn ihr Krafttraining machen würdet. Denn in der Regel wollt ihr abnehmen und euren Körper straffen und formen. Und das passiert tatsächlich am besten mit dem Krafttraining. Ihr könnt einfach durch eure Muskulatur eure Fettverbrennung erhöhen. Und zwar da ist tatsächlich 22 Prozent unseres täglichen Bedarfs werden über die Muskulatur wirklich hier verbrannt. Deswegen da euch ruhig an die Gewichte trauen, dass ihr das alles aktiviert und erhöht, dass ihr dann irgendwann natürlich den Effekt habt, dass die Fettverbrennung auch im Ruhezustand immer ein bisschen höher ist als ohne Krafttraining. Und eure Muskulatur wird sich einfach schön formen und ihr habt dann wirklich das erreicht, was ihr haben wolltet. Und zwar einen wunderschönen Körper, der wohl geformt ist, schön straff ist und natürlich auch euer Skelett natürlich auch. Die Muskulatur hält euch einfach schön aufrecht und ihr habt einfach im Alltag wahrscheinlich weniger Schmerzen, Rückenprobleme gehen weg. Auch so tägliche Sachen, die ihr machen wollt, sind einfach mit der optimalen Muskulatur viel besser zu machen. Und nebenbei schauen wir auch noch wunderschön aus. Also dazu, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder irgendwas noch wissen wollt, gerne uns abonnieren, Daumen nach oben, die Glocke nicht vergessen, dann kommen alle Sachen sofort zu euch und dann bin ich bald wieder für euch da und erzähle euch noch ganz viele andere tolle Sachen. Bis dann, tschüss!